Ich danke Ihnen, hat Sie gefallen! So, bleiben Sie bitte ganz kurz noch sitzen. Es ist die allererste Sendung gewesen und da möchten wir jetzt noch mal gratulieren für Inka Bause. Und das erste Nachwiederschore Zettel! Herzlichen Dank an alle Gäste und auch an Sie, mein liebes Publikum. Sie dürfen gerne wiederkommen, wenn Sie mögen. Sagen Sie draußen einfach Bescheid bei der Zuschauerakquise. Wir machen ja ganz, ganz viele Shows bis Ende des Jahres und Sie waren ein tolles Publikum. In diesem Sinne haben Sie einen ganz, ganz tollen Tag. Heute, und vergessen Sie nicht, am 2. September die Röhre, die Glotze einzuschalten. Auch wenn Sie nicht zu Hause sind, machen Sie den Fernseher an, dann denken die Nachbarn auch aus. Das ist für eine tolle Show. Genau, dann haben Sie ganz, ganz viel Spaß. Dankeschön fürs Kopf. Tschüss! Applaus 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 Vielen Dank.